Diese Becher kennst du bestimmt aus deiner Krippe oder deinem Kindergarten. Aber wusstest du, dass man damit auch Musik machen kann? Zum Beispiel zu dem Lied Jetzt fahren wir über den See. Und die Anleitung dazu findest du in unserem aktuellen Heft mit Erklärvideo. Wenn du Lust hast, das einfach mal auszuprobieren, dann sichere dir jetzt einfach dein kostenloses Kennenlern-Exemplar unserer Musik in der Kita. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit einer Hölzernwurzel Mit einer Hölzernwurzel Mit einer Hölzernwurzel Mit einer Hölzernwurzel Da sangen alle Vöglein Da blüßen alle Jäger Jäger, 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 Jäger Da blüßen alle Jäger Ein Jäger Wer das Lied nicht singen kann Wer das Lied nicht singen kann Er fängt von vorne an Mit einer Hölzernwurzel